und und ein ein gelassen dann ganz 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 herzlich danken jetzt spielen wir eine Runde Hitman ich bin heute alle 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 hier natürlich alleine ne mein Bruder ist so ein Freund ok wir die hier sind die die Personen die hier wenn ihr noch mehr Minecraft mein Minecraft Videos sie sie will oder will dreimal liken oder wenn ihr noch ne HipHitman Folge wollt tut mach mal einen Like wenn wenn ihr noch mehr HipHitman Videos hin hin ein ok Dien hin hat k zum Glück mit dem Lande mit Kontrollen auf umflogen die 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 Verkreis und in der 1 die sind die lustlos das heißt da haben darf sich schlafen gibt in den Wachst anspricht und dann und dann kommt die Wien wieder zu uns zu sich und dann steht er wieder auf eh man muss man die die Leichen verstaunen hier in den Wien ich bin ich ein einen Trick wie wie man den Weg töten kann die im Punkt der kann der kann nicht durchschauen oder und dann der Herr der hier ist hier in den fern verdächtigt worden oder hat der so oft ge-ge-ge-sehen dass das er gar nicht so aus-aussieht jetzt warten wir bis er sehen da 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 vorne kommt und er schob scho-schob wird es Klo und erhundert in den sieben Hormann Hormann schon den Ersten um und um auch wie in der Film wegen Jentert ihn wird tot jetzt kommt Klaus Wendel jetzt kommt die zweite Zielperson es kommt die zweite Zielperson es kommt die zweite Zielperson der heißt Klaus Remberg Jens hat die Kiechen ja ok Jens hat ok Jens hat Lass uns reingehen reingehen in das Studio von Klaus Remberg Lass uns mal hineingehen ok oh oh boah sind das viele Leute T 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 Tit 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 T tut mir leid das ich Lachen lachen muss man ihn mit dem Klo und mit mir wie witzig Ui und um um in der und was ist denn los mit 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 mir das war witzig mit dem Klub an mir das war sowas von winzig tut mir leid dass ich lachen muss weil das war winzig das war witzig ja das war so sowas von mit dem Rechen war der witzig ne ne der wie er drauf reing rein rein reingefallen ist voll reingefallen Jens, lass uns bitten die der den Klub Schwambeck zu rufen dass er in das Meister raum geht was ist denn los mit mir warum muss ich dauernd lachen der ist da wirklich so sofort mein Bruder und dann sehen da so was von lachen muss der, 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 ich schneide es raus aus Lieber um stimmel stimmelte diesen geht gar nicht ja wir sind wir spielen aus der PS4 Bind im Sehen, oder was? Tut mir leid, dass ich lachen will. Und da wird es gleich... gleich witzig. Schau mal, was ich gemacht habe, Fynn. Jetzt geht's um den Ausgang. Ihr weiß, das war... Oh oh, das heißt der, der hier werft mich verfolgen. Ich muss hin, komm, sofort. Aber dann findest du schnell den Ausgang. Okay, jetzt muss ich den Ausgang finden. Dann findest du das Video. Oh, ich muss so was von lachen, ne? Oh, ich muss so was von lachen, ne? Okay, jetzt, jetzt... Jetzt hat Musik zum Ausgang gehen. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ja. Waaah, wie... Das ist... Das ist Mexiko. Und jetzt? Und ich... Und ich... Gehen. Gehen. Ja, jetzt... Jetzt... Be... Beende ich hier... Und jetzt... Du hoff... ...und ich... ...und... 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 ...weil wie... ...ich hinterlachen... ...aber wenn... ...und... ...das... ...tausend... ...zuverwint sich mit den... ...säden... ...okay... ...wenn... 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 ...und... ...der... ...יה... ...miss doch... ...i... ...nachlich da... ... ...eine... ...leiter... wenn die bei dem Mainplatz zwei Likes oder mehr mit meinem Bruder mit mit dem Part von den Hip-Hip-Hip-Mann ähm, noch ein Like da lässt Oh, dann dran, ich wünsche dir einen schönen Tag! Ich wünsche dir einen schönen Tag!